Da kommt das neue Kaodo von BillBillyTV Alles klar, hier! Ja, hier abladen! Ja, passt! Geile Karre! Einen sehr coolen Laster hier mit Knick-Technik Da kannst du den schön hier vor einer Rampe lassen Das war's! Das war's! ja da steht er nun, der neue Passat, zurück zur Passat Limousine wie vor vielen Jahren schon, das ist etwas exotisches, denn 99% aller Autos von den Passat sind immer Kombis, aber ich stehe halt auf Passat Limousine, schön großsicher, sparsam, 2 Liter TDI, 150 PS, super Motor von Volkswagen, naja, dann kann es ja auf große Reise gehen, das da für den Schnee auf dem Brennt, für die Autobahn, das neue FUBA Forest Films Reisemobil, ja, war günstig, er sieht besser aus, wie er gekostet hat, also schon ein älteres Modell, 2015, aber erste Hand, Scheckheft gepflegt, so ein Rentner, Wochenend, Garagenfahrzeug, perfekter Zustand, sieht aus wie neueste Fabrik, also alles okay, dann gute Fahrt.